Multi-Window Du möchtest gleichzeitig im Internet surfen und ein Video anschauen? Mit der Funktion Multi-Window kannst du gleichzeitig zwei kompatible Apps in einer geteilten Bildschirmansicht verwenden. Tippe auf die Aktuelle Anwendungen-Taste, um eine Liste der kürzlich verwendeten Apps zu öffnen. Tippe auf das App-Symbol der gewünschten App. Wähle In geteilter Bildschirmansicht öffnen. Anschließend wählst du eine weitere App aus und tippst darauf. Multi-Window ist nun aktiviert. Verschiebst du die blaue Trennlinie zwischen den beiden Apps, kannst du das Größenverhältnis beider Apps anpassen. Um Multi-Window wieder zu beenden, tippe zunächst auf die Aktuelle Anwendungen-Taste und anschließend auf das X. Untertitelung des ZDFs.